Musik Äh, Chef? Was dann? Und der welcher Rubrik soll ich die 200.000 Euro verbuchen, mit denen mein Vorgänger abgehauen ist? Und der laufenden Ausgaben? Sind wir eigentlich fertig? Ja. Sehr gut. Habt ihr die Zuschauer eigentlich gefragt, ob sie liken und abonnieren wollen? Wozu denn? Naja, wenn wir wieder ein neues Video hochladen, dann bleiben sie informiert. Ganz einfach. Ah, hast recht. Also, wenn ihr informiert bleiben wollt, immer schön liken und abonnieren. Habt ihr verstanden? Und die Glocke getrunken. Was für Glocke? Oben links. Äh, rechts. Scheiße. Also da oben links soll eine Glocke sein. Ich sehe zwar jetzt keiner, wer bräuchte, müsste da oben links sein. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts jetzt, oder was? Oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Ach, egal. Hauptsache egal. Oben rechts. Oben rechts. Pass auf. Sucht die Glocke irgendwie und drückt sie. Habt ihr sie schon gedrückt? Ja, was ist denn los mit euch? Ihr sollt die Glocke drücken. Habt ihr das nicht verstanden? Glocke drücken. So, hier, ich hab aber auch keine Zeit mehr. Ich muss jetzt gehen. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.